Ja, hallo. Heute geht es um die Fleckebehandlung. Wir haben hier von Giamaco den Leder- und Polster-Aktivschaum und den Reinigungsschwamm Grün-Kurzflur. Diese Faser, die ist aufgestellt und dringt dann sehr gut ins Gewebe. Ich sprühe auf den trockenen Schwamm einfach etwas Leder- und Polster-Aktivschaum und behandle den Fleck. Manchmal auch ein bisschen großzügig die Stellen behandeln, also auch ein bisschen größere Fläche gleich mitbehandeln. Und dann reibe ich da einfach mit der Faser drüber, dass die da schön in das Gewebe kann. Ich gehe dann hin mit unserem Profituch und etwas destilliertem Wasser am besten, damit es keine Kalkränder gibt. Und nehme etwas von diesem Reiniger wieder runter, so wie das Giamaco-Prinzip immer ist. Und dann nehme ich ein Trockentuch und trockne nach. So, und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie es ist, wenn es dann richtig trocken ist, ob der Fleck weg ist. Manchmal ist ja ein Fleck hartnäckig, dann muss man es vielleicht zwei oder dreimal behandeln. Gilt natürlich auch für Kleidungsstücke, Polsterteppiche und so weiter, überall da, wo Flecke zu behandeln sind. Es riecht gut, es frischt die Farben auf. Ja, also ein tolles Produkt wieder von Giamaco. Gilt natürlich auch für Kleidungsstücke, Polsterteppiche und so weiter, wo Fleck mit der Faser drüber.